Ayowaske von Daikamstabfisch, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play GTA 5 Das letzte Mal, was ich überstecken blieben, weiter geht's Ich hab mir ein bisschen Kohle besorgt, sag ich mal, hab hier eine neue Karre geholt Hab die bisschen getunt auf jeden Fall, beziehungsweise hab mehrere Autos geholt Und jetzt, äh, mal gucken, was Les da will Ja, apropos, Aktien hab ich gemacht Ähm Das geht ganz fit, so Ein paar Kratzer-Achter-Wachen, Entschuldigung So Perfekt Sorry So Alles klärchen hier Die Karre hat Rehmoment, die hat Rehmoment, Alter So Wenn ich jetzt den Bus hole, oder was Wahrscheinlich mit dem Bus Warte, dann pack ich hier mal meine Karre So, wir werden schon richtig parken hier So, perfekt So, Junge Genau So, bisschen Bus fahren, wie ist das? So So Alles klärchen So 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 Man, Junge Man, Junge Man, Gänz Der Regen-Effekt ist jetzt so gut aus, wie du gedacht hast, holy shit So 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 Late 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 That'll be 1.50 Mr. Penny, ain't he? Fairly Forget about it Spendthrifts I'm sorry guys I'm sorry guys Got to Is We are Adrian He Get Green light Session der mord im bus Alles klar dann würde ich sagen gehen wir mal rüber zu Mikey Was hat er denn gemacht? Kein Plan so Salomon Perfekt Michael ist direkt auch in der Nähe Sehr schön Was ist klar? Was ist klar? Was ist die Hunde? Solomund, alter Bastard. Wo ist der Typ? Ich muss hier rein, oder? Oder? Nee. Wo ist der Typ? Hallo. Komm in, komm in. Thanks. Du musst mich Michael. Ja. Ich hatte drei Sekretärer. Jetzt muss ich mein eigenes Koffer und mir ein glückliches Ende geben. See, die船 kommen. Aber die Wände werden uns halten. Nelson in Naples. Pluto? Ich sagte Mars, du cocksucker. Ha ha! Shoulder of Orion. Two. Devin Weston said you were a fan. Huge fan. Tell me, Michael. Devin Weston, did he... Does he want you to bump me off? No, not at all. He said you were retiring, but might need some help on a movie. Only assholes retire, Michael. Him and my son, they wanna put me out to pasture so they can turn this place into condos or a theme park or something. But this place is a dream factory. Well, maybe they have different dreams. Some days, I don't blame them. You know, they always say, never work with children or animals. Well, I wanna add to that list. Never work with directors or actors. This picture is gonna kill me. Alright. So what's it about? It's perfect. Set in Liberty City. Meltdown! It's all being shot on green screen right out back there. We take a look at the financial crisis. And then we boil it all down into a really simplistic battle between two yuppies. Lots of training montages. So what's the problem? Milton McElroy. I cast him in the second lead because he's cheap. Zero talent, incidentally. Well, he's got this new agent, Rocco Pelosi. He's been hassling us about renegotiating the deal. So now, he's holding up shooting until he gets paid. That sounds problematic. It would be if the director wanted to shoot. Anton Baudelaire. Ever heard of him? That doesn't surprise me. Now he's having a mental breakdown, pissing all over himself who knows where. Okay. All right. Looks like you got yourself that new assistant. But no happy endings. I love you already. Ha 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 ha. Fassig gespast. Isla Santos. So. Alles klar. No increases. And again. I can't believe it. No. No, no. No, no. Yeah. No. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie geil ist das denn? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Einfach geil, Digga. Der scheiß Flugzeug, Digga. Baaam, wild. Wie geil ist das denn? Das weiß ich. Nicht ins Strom rein. Nice. Trevor, der Motherfucker, Alter. Bombe. Bombe. Okay, Jungs. Ah, nee, schade. Okay, okay. Kompassandro viel, yeah. Trevor, shit, are you okay? I saw the plane go down. I survived. And Lizard Army didn't do so well, so that's something. Ah, thank God. The fuselage went into the Alamo Sea. You might be able to salvage the hardware with dive gear or something. Ah, good idea. But it'll take time. Tell Oscar he ain't getting these guns. Okay, look, I gotta ask. Are you in with the federal government? Ein Agent, Sanchez, war hier draußen, sagte, dass du und Michael mussten seine Supervisoren in der Garage treffen müssen. Der Kook-Site. Scheiße, ich muss das tun, okay? Aber ich benutze sie, okay? Sie benutzen mich nicht. Let's make that clear. Müsste, Müsste. Ja gut, okay. Was hab ich bekommen? Alles klar. Na gut. Warte, wir haben hier... Genau, Boulevard Investigation, Ziegenfick. Ansonsten... Grad nicht viel. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, wie gesagt... Das ist was mit der Folge von GTA 5 Redux gewesen sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann machen wir auf jeden Fall weiter. Bis dann, checkt die Mets auf verschiedene Zwiebeln. Ohne Haut rein!